Let's play Kassandra DLC Teil 2. Ich hatte leider gerade schon ein bisschen weiter gemacht, dann aber in einem elfminütigen Telefonat und das wollte ich euch nicht geben. Was habe ich gemacht? Es waren wirklich nur zwei Minuten. Ich bin hier einmal kurz reingegangen in diesen Dungeon, habe hier einen Hockrux quasi weggeschossen und da sind wir auch schon. Außerdem haben wir festgestellt, dass Kassandra total schön glitzert. Ja, also das werden wir jetzt vielleicht gleich nochmal sehen. Die Glitzer-Kassandra. Kassandra da, da sieht es! Sieht das nicht geil aus? Perfekt sieht es aus. Und jetzt kommt hier ein krasser Hinterhalt. Also das ist ja wohl der krasseste Hinterhalt, den ich je gesehen habe. Kassandra, Spieljäger. Spieljäger. Bam. Kassandra, geh drauf! Uuuuh, sie killt ihn! Meinst ihr, sie kriegt ihn down? Meint ihr, sie kriegt ihn down? Gleich ausschalten. Nein. Aber ich stimme zu. Ich bin eindeutig besser als Kassandra gewesen, als Kassandra selber. Ich hätte schwören können, dass dich vorhin im Kampf jemand angesprochen hat. Mhm. Das Artefakt, das sich so verlässt, seltsame Dinge geschehen. Aber nun, da der Nebel fort ist, sollte ich es leichter finden können. Als könnte eine Fremde in den Hügeln irgendetwas finden. Hehehe. Bist du bereit, mir den Weg zu weisen? Das habe ich nicht gesagt. Wenn ich dir helfen soll, muss ich mehr wissen. Zum Beispiel, was es mit dem Artefakt, das du suchst, auf sich hat. Je weniger du darüber weißt, desto besser. Besser für dich, meinst du? Du willst doch, dass ich dir vertraue, oder? Hm. Warum so ernst? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Diese Artefakte können geweckt werden. Vielleicht hat sich jemand daran zu schaffen gemacht. Viele werden von ihrer Macht angelockt. Sie ist verführerisch. Ja, das stimmt allerdings. Wie genau willst du es eigentlich aufspüren? Ist das ein Isu-Artefakt? Ein Apfel des Edens? Äh, Edens Apfel meine ich natürlich. Ich habe ein Gespür dafür entwickelt. Ah, okay. Ohne diesen Schleier sollte es noch leichter zu finden sein. Kassandras Job ist es also, Isu-Artefakte zu suchen? Verschwenden wir keine Zeit. Wie gehen wir vor? Sollte sie nicht eigentlich in Atlantis sein? Ah, nee, ist ja untergegangen. Zuvor allerdings... Zuvor werde ich mich noch einmal in dem Tempel umsehen. Vielleicht etwas über dieses fremde Land erfahren. Sehen wir uns in Tochte? Es wird mehr von Nöten sein und diese Insel richtig kennen zu lernen. Aber gut. Wir sehen uns bald wieder. See you later. Kassandri Gaider. Machen wir das so. Da haben wir ein Date in Top 3. Ui, fett. Fähigkeitspunkte, a.k.a. Fertigkeitspunkte. Sehr gut. Gibt es eigentlich neue Fertigkeiten? Holy shit. Ich habe die Patchen uns ja noch nicht, weil sie noch nicht draußen sind. Aber ja, es gibt neue Fähigkeiten. Dänen... Ah, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Schade. Schade, schade. Bart, Axt, Jagdbogen. Den können wir mal verbessern. Flegel, Dolch und Sichel, Raubtierbogen. Dolch und Sichel, why not? Ja, gut. Hauen wir die Punkte raus. Brauchen wir nicht. Haben wir trotzdem. Nicht schlecht, Herr Späht. So, was machen wir in dieser Folge? Wir können uns da treffen mit Kassandra. Wir können diesen Aussichtspunkt holen. Oder wir könnten uns dieses Rüstungsteil holen. Ich habe die Vermutung, dass wir durch die Story eh zur Rüstung müssen. Das heißt, erstmal jetzt hier in den Aussichtspunkt. Das ist immer so das Wichtigste. Wisst ihr ja selber. In ganz Valhalla. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie euch das DLC gefällt. Haut es mal gerne in die Kommentare hier unten rein. Auf Facebook. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja. Ich bin auf jeden Fall recht begeistert, dass wir Kassandra wieder treffen. Ich bin auch gespannt, wie sich die Beziehung zwischen Ava und Kassandra noch entwickelt. Ob die sich überhaupt entwickelt. Ob es da eine Progression gibt. Oder die einfach nur kurz zusammen ein Abenteuer erleben. Und that's it. Könnte natürlich auch sein. Bin ich mal sehr, sehr gespannerinot. Wir müssen gleich nach Toptar. Auch genannt Topti. Oha. Ich habe wieder Autolaufen aktiviert. Das war mal wieder ein Fehler. Ja. So. Ava präsentiert. The Isle of Sky. Wie heißt sie eigentlich auf Deutsch? Heißt sie Insel von Skür? Oder Himmelsinsel? Oder Himmelsrand wie in Skyrim, Mann. Skyrim. Wer erinnert sich noch? Insel des Nebels heißt sie tatsächlich. Okay, 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 okay. Ja, machen wir. Wobei, so viel kürzer ist die Schnellreise dann auch gar nicht dort lang. Huppala. Bam. Sync abgeschlossen. Bam. Neue wichtige Koorte hinzugefügt. Schön. Sync, loot my path. Sync loot es. Oh, guck mal, was da drüben ist. Einfach nur ein sinnloser See. Hätte aber auch was Cooles sein können. Hätte sein können. Wollen wir den da besiegen? Den Bösi? Das war leider das Pferd, das Arme. Das wollte ich doch gar nicht erwischen, Mann. So. Jetzt aber weiter hier. Jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. Ja, nette Sache auf jeden Fall. Ich bin sehr viel mehr gespannt. Ich glaube, ich habe es in der ersten Folge schon gesagt. Auf das Cassandra DLC in Assassin's Creed Odyssey. Ich habe ja in letzter Zeit auch nochmal öfters, ja, jede Woche jetzt in den letzten drei Wochen das legendäre Live-Event zelebriert in Assassin's Creed Odyssey. Odyssey ist ja das Format, wo wir die Söldner-Quest machen, die jede Woche quasi die gleiche ist. Das war schon echt sehr, sehr geil. Feiere ich mega. Bin gespannt, wie es bei euch da so abgeht. Und, äh, ob wir das im Stream uns als erstes ansehen, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, das ist die Frage. Ist halt echt einfach eine Ansage, drei Jahre nach Launch eines Spiels wie Odyssey nochmal was rauszuhauen. Das finde ich echt sehr, sehr cool. Es soll aber wahrscheinlich auch perspektivisch auf Chancen von Infinity nochmal hinweisen. Denn Assassin's Creed Infinity wird natürlich ähnlich sein, dass da potenziell auch nach Jahren wieder ein DLC für einen Infinity-Strang kommen könnte. Und das könnte der erste Schritt dahin sein, meiner Meinung nach. Und das fände ich auch nett, gerade bei alten, geilen Games wie Odyssey, da nochmal was nachzuliefern. Fehlt nur noch Origins in DLC. Oh, oh, Wasser aufs Mikro. Wenn es jetzt gleich kratzt und so weiter, dann, äh, wisst ihr Bescheid. War aber, glaube ich, nur am Rat. Ist es auch. Ist es auch. Ich hoffe, wir kriegen einfach ein Edens Apple. Sorry, Cassandra, aber ich nehme mein Wolle. Warum hat Cassandra nicht Wolle mit? Das ist ja mal eine Frechheit. Eine Froschheit. Was hat dich dazu gebracht? Ausgerechnet ein Ausflug, der schrecklich schief ging. Nun ist es so etwas wie mein Schicksal. Was genau werden wir mit diesem Artefakt tun, wenn wir es gefunden haben? Ich werde es fernab dieser Insel verwahren. An einem Ort, wo niemand seine Macht missbrauchen kann. Macht? In Atlantis? Also, ist es eine Art Waffe? In den falschen Händen, ja. In den falschen Händen, ja. Die Art von Waffe, die nie zum Einsatz kommen sollte. Stell dir vor, Cassandra hat so eine Art Endlager für Isu-Artefakte aufgemacht. Und Basim will sich das dann unter den Nagel reißen. Holy shit. Das ist der Clot Twist. Ubisoft engagiert mich als Writer. Nicht unterschätzen. Die Existenz deiner Welt hängt davon ab. Ja. Und deiner Welt. Cassandra und Wolles Welt. Regenbogenwolle, Mann. Ich liebe das Einhorn. Ich mache auch wieder den Einhorn-Schiffskin drauf. Also das ist wirklich 100% Immersion. Da kann mir keiner was anderes von zu erzählen. Ui, Stonehenge 2.0. Feenthal. Natürlich heißt es so. Wir suchen eine Wurst und einen plattgemanschten Vogel. Das ist das Bild, ja. Eine Wurst und einen plattgemanschten Vogel, der so mit beiden Flügeln gerade so eine Bruchlandung macht. Okay. Aus welcher Perspektive kriegen wir das wohl hin? Eine Wurst und einen plattgemanschten Vogel. Das ist die Frage. Vielleicht von hier? Ah, hier ist nur ein Opal. Hier sieht man auf jeden Fall schon mal so ein bisschen eine Form. Oh oh. Ich denke mal, das spielt stürzt ab. Tut es aber nicht. Tuten. Tuten macht nur das Auto. Ich bin jetzt übrigens Auto gefahren. Ich hatte ja meine zweite Fahrstunde schon. Boah, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie krass ich einfach mit 70 geballert bin. Das war komplett krank. Komplett krank. Kann ich nur sagen. Hier ist auch falsch. Oh, warte mal. Hier ist noch eine Kackwurst. Sieht doch ganz okay aus hier, oder? Kackwurst und ein abstürzender Vogel. Ja, ist doch gelöst. Meiner Meinung nach ist das gelöst. Hallo? Ja, scheinbar nicht. Scheinbar nicht, Mann. Was soll das? Oh, locker müssen wir das hier benutzen. Locker müssen wir das hier benutzen. Das da hinschieben und dann da drauf klettern und das dann machen. Bestimmt. Bestimmt, 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 bestimmt. Hoppala. Nochmal hier. Das ist doch die Lösung. Ja! Das einfachste Rätsel aller Zeiten präsentiert von Fragnert und Randweh, auch genannt Kassandra. So. Schön, haben wir gut gemacht, Cassie. Cassie, ja, so nennen wir uns. Wir duzen uns. Plopp. Spring. Schön. Sieht die Insel des Nebels aus, wie ein abgestürzter Vogel mit einer Kackwurst? Ironischer kann sie es nicht sein. Darauf wäre ich wirklich niemals gekommen. Und? Was sind das für Markierungen? Es gibt mehrere Dreiecke und ein Kreuz, nicht weit von hier. Etwa eine Karte. Gehen wir gleich dorthin. Drei Markierungen und ein Kreuz. Aber nicht das deutsche Rote, sondern das Kreuz. Mein Name ist Cassandra. Ich habe leider kein Einhorn-Regenpogen-Pony. Bringst du deine Tage immer, damit fremde Frauen auf Friedhöfen anzugreifen, oder hast du auch noch andere Pflichten? Ich schaue für meine Leute. Wir haben eine Siedlung namens Reffnertorp. So, Reffnertorp, Beste. Ich reise allein und zwar schon ein ganzes Leben lang, wie es mir scheint. Du sagst das, als wirst du... 1200 Jahre sind nicht ein Leben lang. Älter als du denkst. Aber alle sagen mir, ich hätte ein Jungs gesehen. 1200 ist sie ungefähr, für alle, die es nicht wissen. Assassin's Creed Odyssey spielt 400 vor Christus. Penelip, äh, nicht Peneliponesische Kriege. Äh, Dingsbumskriege. Wisst ihr ja selber. Ikaros. Oh, da stimmt, der ist ja gestorben dann. Oh nein, Ikaros. Adlerfrau. Wie schade, dass Ikaros tot ist. Vor ganz langer Zeit. Da hatten sie keinen anderen Adler mehr. Finde ich krass. Also gefühlt ist ja nichts passiert nach Odyssey dann. Ich bin so gespannt, was das Odyssey DLC erzählt. Weil ich glaube, es erzählt halt über Kassandras weitere Ziele dann. Und da kann man halt so viel noch erzählen über, um und über sie. Wenn man möchte. Aber generell wird Kassandra jetzt nicht der interessanteste Charakter von allen. Muss man leider sagen. Aber der langlebigste. Also 1200 Jahre für den AC-Helden ist meines Wissens nach absoluter Rekord, was die Lebenszeit angeht. Na, schade. Hätte ja auch klappen können. Oh, ich will auch diesen Glitzernebel haben, Mann. Kassandra Gief. Wo gehen wir eigentlich hin? Ach, guck mal hier. Ist wirklich dieser abgestürzte Vogel mit einer Kackwurst hier rechts. Jetzt sind wir gleich da. Da oben ist schon die erste Rüstung, die auf uns wartet. Beziehungsweise die erste Waffe. Und was das wohl für eine Waffe wird. Ich frage mich, wie gesagt, wo ist der Stab? Wo ist der Speer von Kassandra? Das stört mich so ein bisschen. Nein, durch den Kopf. Du hast mich ebenfalls gefordert. War das ein Kompliment? Ja. Die beiden mögen sich. Wie cool ist das denn? Kassandra und Eivor sitzen auf dem Baum. Knutschen rum. Man glaubt es kaum. Nö. Ab dafür, Mann. Komm, jetzt gönn mir mal eine geile Waffe. Ich brauche ihn. Äh, die Waffe. Mist, jetzt habe ich gespoilert, was passiert, oder? Ich werde es einfach nicht weiter erläutern. Alter, was für Glitches sind das denn hier? Danke für das Eisenerz. Glitch Kassandra. Oh, da werden wir richtig langsam. Guck mal. Bzzz. Bzzz. Doch. Warum? Kannst du mir nicht einfach vertrauen? Oder wenigstens so tun, damit es schneller geht? Na gut. Woher wusstest du? Izu. Izu. Noch ein Überfall. Der Tempel scheint sie anzulocken. Die sind sehr hartnäckig. Bäm. Sprechen die deine Sprache? Weniger reden, mehr kämpfen. Jo, Mann. Alter. Bede Dukani Chayet. Alter. Ob wir hier wohl... Boah, ich hätte so gerne eine fette Isu-Waffe mit Eivor. Aber... Auf dem Niveau wie starb... Nicht starb. Wie sperrt es Leonie das? Wir müssen reden. Aber... Die Leute, die dich angegriffen haben. Haben sie deine Sprache gesprochen? Ich sagte doch schon, das Artefakt raubt ihnen den Verstand. Kassandra! Jetzt rede doch mal. Eivor, wann glaubst du mir endlich, dass ich hier bin, um zu helfen? Nie. Das ist Eivor. Ich glaube, Eivor würde ihr nicht sofort glauben. Ich glaube, Kassandra, weil sie Kassandra ist. Und wenn du sagst, dass du nichts zu verbergen hast, glaube ich dir. Könnte sein. Sicher. Und selbst wenn, ist das doch nur noch ein Grund mehr für mich, es zu entfernen. Nein, das ist noch ein Grund mehr für dich zu gehen, damit ich es entfernen kann. Lass es gut sein, Kassandra. Ich kann dir nicht trauen. Du hast keine Ahnung, womit du es zu tun hast. Du brauchst meine Hilfe. Ich weiß, was ich jetzt zu tun habe. Und wenn diese Männer hinter dir her sind, werde ich alleine leichter vorankommen. Eivor, bitte! Die Macht dieses Artefakts ist anders als alles, was du je gesehen hast. Nein. Nichts ist zu mächtig für mich. Außerdem bin ich mir sicher, dass ich diese Waffe besser einzusetzen vermag als du. Ach, schön. Es reicht mir sowieso mit dir. Du bist unmöglich. Du bist zu ungestüm. Und das wird dein Untergang sein. Um die Tür öffnen zu können, muss ich all diese Scherben finden. Na dann mal los. Wo sind die Scherben überall? Schäfchenzählen. Erbsenzählen. Sammle die Scherben, um la Tür zu öffnen. Denn ich finde es schade, dass Eivor jetzt Kassandra direkt vergrault hat nach zwei Minuten. So, gehen wir erstmal die erste Scherbe holen hier oben. Aber das machen wir in der nächsten Folge von Wenn es heißt Rambazamba im Scherben-Game. Bis später euer Peter. Und natürlich hier gerne mal die Goldhöhle aktivieren. Das wäre legendär. Danke fürs dabei sein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.